Ich sag mal so, wenn der Korn hier alle ist, gehe ich ins Bälle. Oh Gott, deswegen spielst du so schlecht. Wer braucht ein richtig Arsch, wenn er meine Apparate mit ihren unheimlichen Nabeln hat? Wenn du ne Behandlung brauchst, immer reinspassiert. Hier ist ein 180er-Shield für Level 13. Was, wie viel? Ein 180er für Level 13. Will das jemand nehmen oder kann ich es nehmen? Das musst du kaufen. Ja, ist mir schon klar, aber... Wer zuerst kauft, kauft zuerst. Weil ich habe ein 150er-Shield. Ach, lass es, egal, wenn ich... Kaufen muss, ich habe bloß 11.000, also. Wie habe ich denn? Ich habe auch bloß 8.000. Hochblos? Wie gesagt, 11.000. Naja, ich habe nur noch wenige 8.000. Ich bringe euch gerade die Gegner. Das solltet langsam fertig werden. 180er, 118er? 180er beim Angebot. Das ist nur 180er. 16.000. Stadion-Mans-Contextion-Granate. 19.000. 30.000. 100.000. 180.000. 20.000. Ich bin Level 13.000. Deswegen ist mir übelst viel Schaden. Ahah, verdammt. Kann man jemand schon hier drücken? Irgendwie ein taktisches Camp ist nicht so überstärker, oder? Das ist so geil, ich werde wieder nebenbei heilen dich. Geht doch. Geht doch, geht doch. Scheiße, ich drücke immer Escape statt Tab. Hier ist ein SMG. Hier ist Leben. Wie gesagt, ist doch mein Charakter hier an. Ich brauche also ein AG nur, wenn das mindestens 20 Schaden macht. Okay. Hast du das liegen lassen, oder was? Nee, hab ich nicht genauer, sonst könnt ihr es selber mitnehmen. Wir müssen uns einige in die gleiche Räume reinbrennen, sonst wird das nicht besser sein. Ist der gleiche Raum. Oh, sorry. Was ist der gleiche Raum? Ahah, ahah. WTF? Ein Knallharder. Oh, ich muss ihn füllen, alle. Auf. Ich will mit einem Schlag von deiner Sproulfinition zu Null leben. Kann mich mal in jemanden retten. Auf. 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 Ich bin tot. Komm, machen marsch. Ah. Benny. Heil! 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 Hast du den Kill nicht gekriegt? 達sehne Revolution ich wahrscheinlich gemacht hat. Ich hab extra nicht die без- Das ist eine Schrotflinte. Penny, hast du den Kill gekriegt? Nein, ich war auch den links tot. Ja, ich konnte echt die Flinte also. Meine Medikits sind fast verbraucht. Ich würde ja fast nochmal zurückgehen. Das wird nie besser hier vorne. Wir müssen uns halt vor allem gegenseitig heilen. Ja, aber meine Medikits sind jetzt schon fast verbraucht. Frag mich ja, meine Munition ist alle. Jo, ab geht er. Bleib tot. Bleib tot. Hier liegt ein SMG mit 30 Schaden. Ähm, leer? Scheint so. Ich krieg noch ein Medikits. Guck mal, oben. Guck mal, oben. Knallhatter Räuber. Ich hab mir auch gerade gedacht. Der gibt ja eh durch keinen Schaden. Der hat doch keinen Schaden bekommen. Also ich schiefe ihn ja noch, aber... Kann mich mal jemand heilen? Seid ihr alle? Ja. Oh, jetzt kriegt er Schaden. Er ist wieder da. Also muss er echt vom Achter im Kopf. Das wird durch den Treffer. Ich will noch mal tief. Okay, das war nicht so gut. Ich will noch mal tief. Ich will noch mal tief. Ich bin noch mal tief. Ich bin noch tief. Ich bin noch tief. Ich bin noch tief. Toll, der ist auch. Ich bin noch tief. Ich hätte ihn ja genommen, aber... Dann halt nicht. Scheiße, das gibt's doch echt nicht. Keine Reaktion! Ja, das ist Raketenwerfer-Munition. Scheiße! Auch immer dein Medikett! Die werden alle irgendwie tot sind. Los, hol! Raketenwerfer, Raketenwerfer, alles nur Raketenwerfer. Wow, hier am nächsten. Der wird 13 Killer Bandit. Und nächsten Mal haben. Waaah, der wird wieder raus, der wird wieder raus, der wird wieder raus, der wird wieder raus, der wird wieder raus! Das war schon besser. Was war das denn? Ach was? Stamm! Kann nicht mal jemand eben? Das wäre üblich schlecht. Mach mal ab, mach du? Na ja. Da kommt doch gleich hoch. Immer auf den Kopf ziehen, dann machst du von unten die Schmerzen an dem. Los, links raus! Da zieht man den Kopf aber nicht mehr! Wir müssen ja irgendeine Schmerzen ziehen. Los, kommt die Beschweppe zurück! Scheiße! Sack! Die wieder! Meine Munni sind fast komplett alle! Guck mal, ein Snipe... Äh, ein Combat Rifle! Warum ist quasi Raketen eigentlich damit? Combat Rifle! Moment, erstmal da lang! Will die jemand nehmen? Ja, Marco bestimmt, oder? Warte, 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 warte! Oh, hier ist ne blaue Combat Rifle! Ja! Die ist aus dem Level 13, kann ich schon gar nicht nutzen! Ja, bei dir ist das Level 4 und blau! Und sieht echt fett aus, zumindest! Ich kann keine Granaten mehr nehmen, wer die noch nehmen will, kann sie gerne nehmen! Ja, Richard, musst du mal Granaten benutzen! Ich mach mal kurz ne Claptop-Rettung, ne? Nicht so besonders! Ne, wir sind trotzdem mit zum Verkaufen! Ich mach mal kurz die Claptop-Rettungs-Mission! Weil ihr keine Lebensenergie? Ach, ihr habt alle voll! So gut wie zumindest, ja! So gut wie, ihr habt voll! Guckt mal auf euer Ding da! Verdammt! Äh... Recht! Nicht da weiter! Ihr müsst euch doch noch mal kurz warten, wir kriegen gleich noch ne zweite Kiste! Bist du denn? Sperb los und mach kurz die Claptop-Mission! Hier, ich hab den Claptop angequatscht und geb's jetzt ab! Hier kriegt man nämlich... Jetzt kann man nämlich nen Inventar-Upgrade bekommen, da können wir mehr Sachen benutzen! Ihr habt jetzt, ich glaube, alle nen Inventar-Upgrade! Habt ihr gehört? Kann man das nicht erst? Ja! Ne, das habt ihr schon bekommen! Inventar-Upgrade! Das ist ja nur ein Bonus! Drei Schilde! Du, 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 du! Du, du, du! Uuuuh! Check me out! Ein Legendary Shield! Hier ist noch ein Shield mit 180 fast! Will das jemand haben? Das ist deins! Ich hab einen zu Level 13 auf Nummer 260! Oder das lila Schild? Wir müssen hier drüben weiter! Mach das mal kurz! Kurz Zeit, dass wir Level 13 haben! Was können wir in den... In... Äh... Warum habt ihr die Spinnzone nicht geöffnet? Die WAS?! Wir sind noch explosive bouncing ready! Nämlich... Wie bist du? Du, du wirst rein und nicht die sich geht! Wir sind so umgegangen! Guck mal! Ähm... Haha! Ich hab keine Munnie mehr von der Seine! Tolle Wurscht! Jetzt brauche ich keinen Arzt mehr! Er ist allein, Benni, du brauchst Energie. Aber ich regiere ja auch Leben, oder ziemlich schnell sogar hier leben in dem Ding. Naja, das habe ich inzwischen auch gemaxed. Das ist ziemlich fett. Also wenn wir Lebensprobleme haben, einfach mal das Ding hinschmeißen. Äh, alles klar. Aber das ist halt relativ... in den cooldown. Ja, du kannst aber auch den cooldown noch runterbringen. Gibt's auch noch einen Skill. Aber sie heißt doch mal in einem anderen Baum. Mit jedem Treffer, wo du den cooldown runterbringst oder sowas. Also, ich habe außerdem gerade wieder nachgefüllt hier. Oh, außerdem musst du jetzt leider wieder austrinken. Das ist aber schade. Und noch eine Kiste. Oh, Sniper. Hier ist noch ein Combat Rifle. Ja. Ist auch triple 13. Ja. Wo ist denn, Medikit? Danke. Ich guck's grad noch an. Weg! Ich klau jetzt wie viel, ja? Also, siehst so aus. Danke. Scheiße. Scheiße, keine Muni. Und dann, siehst du mal! Und dann, siehst du so aus. Geh! 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 Warum hat man das? Ja, als Treff halten, tut mir leid. Den ersten hab ich gerade gesessen, danach hab ich nicht mehr getroffen. Danke, dass die Shotgun-Munition wenigstens für mich bleibt. Die kann ich nicht offen, die hab ich voll. Die hab ich voll. Ja, logisch. Warum wohl? Der Mi-Legg ist irgendwie gerade um Mistry. Oh, nächstes Level. Ich liebe dieses verdammte Ding. Ja, das ist ganz nice, das Ding. Ist noch nicht voll, ist noch nicht voll, ist noch nicht voll. Bei Gobi geht's gerade erst langsam hoch. Hier ist eine 150-Schutz-Schilie. 260 hab ich mittlerweile. Geht das automatisch aus, wenn die Lebensanergie von allen voll ist? Ne, das hat nen Cooldown. Okay, also hab ich gerade so Schwein gehabt. Ja. Leute, ich glaub hier ist ein Endgegner. Ja, du bist aber auch schon, wir haben ja noch eine andere Kiste, die wir finden können. Ähm, na dann lass zurückgehen, Marco. Kann das sein, der ist gerade leckt ein bisschen? Ich hab auch das Gefühl. Aber ganz leicht. Ich bin zu leichte Vibrationen drin. Ich glaub, man ist noch Muni. Naja, wir sind doch schon unterwegs. Da kann ich nur echt nur rennen. Aber die Kiste muss man echt wissen, dass die hier ist. Raketenwerfer. 183 Schaden. Wo? Hier oben, bei mir. Wie bist du denn noch hingekommen? Oh, das Werfer geht noch genommen. Oh, wo kann sie denn? 183 Schaden? Mit eben Schuss. Auf dem Raketenwerfer. Felix kann nicht springen. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Und dann hier die Treppe hoch. Ja, jetzt die Treppe hoch und jetzt? Rüberspringen. Der ist zu fett, der kann das nie. Dann muss ich aufs Rohr springen, hier drüber aufs Rohr und dann hier hoch. Da die rühmlichste Raketenwerfer. 183 Schaden, geil. Und 89% Zielgenauigkeit. Weiße, ich glaub ich hab grad mit der falschen Waffe das Ding aufgenommen. Ich hab jetzt zwei Raketenwerfer. Boah, klar.